Oh, da hat einer einen Headshot gekassiert. Ja, ich? Von wem? Ja, von der Drogengute. Nee. Würde ich sagen. Ja, die gucken da zum Fenster oben raus und dann ist es passiert. Hallo Menschen und herzlich willkommen. Heute geht es mit Klaus, Krofogi und mit mir auf Customs. Der Red ging 30 Minuten. Ich habe versucht, es auf wesentlich runterzuschneiden. Ich hoffe, es passt soweit. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und lasst mir gerne einen Abo oder Like. Da würde ich mich riesig freuen. Danke für eure Unterstützung und wir sehen uns bis dahin. Euer Senzels. Tschüssi. Ich habe aus Verzweiflung gerade schon mal einen Gastgrill angemacht. Das hast du auch noch. Oh Mann, du bleibst dir echt nichts erspart, Klaus. Nee, gar nichts. Gar nichts. Alter, wenn der volle ist, ist, du kaufst den neuen. Den alten schmeißt du weg, kaufst den neuen. Der ist leer. Hör auf, ich habe letztens einen Brand bei mir im Grill gehabt. Ui. Ist das nicht normal? Bitte? Ist das nicht normal? Nee, der hat Lichterloge in Flammen gestanden. Ach so. Von innen, ne? So ein Fettbrand. Ah, ui. Das ist... Ja. Weil meine Frau ja immer Bauch haben muss. Mhm. Den Moppik rett? Ja. Ja. Na, hat er gebrannt. Scheiße. Aber muss so ein Grill abkönnen. Ja, denke ich eigentlich schon, ne? Na ja. Aber es ist schon gefährlich, denke ich. Also, ich habe kein Licht. Also, müsste jemand mit Lampe vorweg... Ich habe einen Visierer. Ach, so einen Schlüssel habe ich auch nicht mit. Aber clean, ja? Mhm. Ja. Wollt ihr hoch? Habt ihr Schlüssel mit? Ich will nicht. Klaus? Nee, ich will nicht hoch. Man schießt einer in der Drogenhöhle zusammen. Also, ich habe nichts gehört. Wohin ich denn hin? Ey, wo ist denn die Scheiß... Der Scheiß durchfangen? Ach hier. Hier. Oben ist einer beim Panzer. Ja. Minus. Sonst, Kev. Einer im Bus-Haltestellen unten. Alter. Was fällt denn der aus? Wahnsinn, oder? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Lust habe, in die Drogenbude zu gehen. Was sagt ihr? Was dann? Drogenbude oder hinten Construction Building? Oder hier Garage und... Ach ja, Garage Software. Die waren ja schon am Loot klumpen. Tja, was machen wir? Holz-Steps? No, ich nicht. Wer läuft hin? Ihr seid hier im Gebüsch, da im Durchbruch seid ihr, ne? Ich bin das, ich bin das. Ah ja. Klaus, du warst das. Ich stehe jetzt auch neben dem Durchbruch. Wir haben dann was nun? Oh, da hat einer einen Headshot gekassiert. Ja, ich? Von wem? Ja, von der Drogenbude. Ne. Würde ich sagen. Ja, die gucken da zum Fenster oben raus und dann ist es passiert. Also ich glaube, der stand, stand direkt hinter der Mauer. Meinst du? Ja. Also wenn du durch den Durchbruch durch gehst, sofort rechts. Okay. Wer hat eine Granate geschmissen? Das ist mein Gefühl. Du, Profugi. Ja, ja. Naja, aber... Selbst? Genau, ja, ja. Wir sind auch neben ihr, Maxi. Oh. Ich habe eine Granate geschmissen. Noch eine hinterher. Danke. Habe ich dich gekillt? Ja, die ist nicht über die Mauer gekommen. Ja. Das war uncool. Aber ich bin mir fast sicher, dass die... Die werden sich oben vom Fenster weg geholt haben. Ja, hier liegt er. Auch ein bisschen nicht gelaufen, als du es gehört hast. Ja, vorwärts. Ich wusste aber nicht, wo die aufgekommen ist. Ja, du kannst doch bei einer Granate wirklich schlecht sagen, ne? Hm. Ich wurde getötet mit einer F1. Genau. Hoffentlich zählt das als Granatenkill für mich. Hallo. Glaube ich nicht. Ich will mal ein bisschen... ...warten, dann... ...versuche ich mal ein Zeug von euch mitzunehmen. Jetzt regnet das. Stopp. Ach so Leute! cybersecurity- Ach ne, mal halt. Ey, ey, es lässt sich nicht mehr, ich kann mich nicht mehr steuern, Alter, ich kann mich nicht mehr drehen, was ist da los, ey, meine Maus leckt übelst, ey, was macht denn die Maus, Alter, oh, ey, jetzt, leck mich am Arsch, was ist das denn für eine Scheiße, was macht denn die Maus? Vielen Dank. Keiner zu sehen. Oder der liegt da auch im Dreck irgendwo durch deine Granate. Kann sein. So, ich schleich mich mal im Unterholz zu deinem Gataver. Sonja ist bester. So, ich schleiche. So, how are you, Professor? Also, meine Sachen brauchst du aber nicht mitbringen. Ach so? Nee, fehlen lassen. Schmeiß einfach die Waffe weg. Ach, noch nicht mal die brauchst du wegschmeißen. Bevor ich die wiederkriege, ist weib gewesen. Okay. Dann nehme ich deine Ardauer mit, die behalte ich, die sieht gut aus. Nee, ich habe dein Zeug jetzt dabei, das bringe ich damit raus. Oh. Okay. So. Okay. Kack. Magazinsdecken wird lustig, 60er. Was ist das ein Skev? Oh, wer hat auf die Skevs geschickt? Schießen die Skevs auf sich selbst? Ja, die schießen ab und zu selber. Einfach so. Und warum, das weiß nur die Kita. Okay. 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 Beutel. Das kann sein, ja, da hast du recht. Der Beutel ist ein Fiffikuss. 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 Und jetzt wird der Beutel ist ein Fiffikuss. Und haben gutes Aim, die Jungs. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Sie haben mir die Knochen kaputt geschossen. Oh, sie pushen mich nicht. Wahrscheinlich doch mehr Schiss als alles andere. Wir haben Respekt. Ja. So, wie schaut's aus? Wieso siehst du das nicht im Stream? Der ist mit zu Zeit versetzt. Entschuldige, der Knädiger. Es könnte ja sein, dass ich einen Zuschauer mehr bekommen könnte. Aber das ist ja wahrscheinlich zu viel verlangt von der Community. Die Sportsfreunde sind auch weggelatscht. Das war denen zu langweilig. Weg. 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 So Leute, ich würde aber gerne erst mal mich kurz frisch machen, eine rauchen. Drei Spieler und der eine warst du wahrscheinlich mit der Granate. Da muss ich mal gucken, ob das zählt, ich glaube nicht, das wäre ja.